Schau, schau, Liebster, wen haben wir denn hier? Das ist doch der Drachenritter, mein Engel. Diesmal gefangen in der Halle der Seele. Wie nett unser tapferer Höhlenmensch doch ist geliebt, dass ich so offen hat, sich zu präsentieren. Es ist wirklich wundervoll, mein Schatz. Wir sollten ihn nicht warten lassen. Die Form sollte gewahrt werden, mein Herz. Ich werde den Ritter anzünden und du schneidest ihn zurecht, oder? Ganz wie du magst, du mein Augapfel. Noch nicht. Ich kann nicht. Ich werde den Ritter anzünden. Ich werde den Ritter anzünden. Ich werde den Ritter anzünden. Ich werde den Ritter anzünden lassen. Ihr habt den Ritter anzünden. Was hat den Ritter anzünden? Wehgetan! Verdammt, kein Mahner mehr! Verdammt, kein Mahner mehr! Ich kann... Wer sind hier in der Halle der Seelen? Das seid ihr in der Tat! Dennoch nehme ich an, dass ihr euch wieder wehren werdet, wenn ich versuche, euch das Herz auszusaugen. Soll mir! Oh! 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 All right. Enough, nicht mehr. Die Narren wurden einmal mehr bezwungen. Sie sollten doch inzwischen wissen, dass man sich vor dem Zorn eines Drachen besser in Acht nehmen sollte.